so super so eigentlich kann man das ja wirklich so machen dann machen wir das halt immer so genau so da gab es dich noch und dich noch und dann müsste ich ja dahin da oben gibt es noch einen geht es da weiter ich sehe es nicht ich glaube nicht sieht nicht so aus dann wäre das noch du und du so und dann sind wir hier auch durch zum mindesten ok das sieht jetzt in obs besser sichtbar aus interessanterweise als in meinem spiel so wie komme ich denn da jetzt am sinnvollsten hoch ich glaube deswegen habe ich ja den spaß mit von oben gemacht so das wäre es dann aber eigentlich auch schon fast gewesen also gut da ist ja hier ach komm jetzt machen wir anders machen wir wirklich zu das muss ja nicht sein so dann können wir hier die hälfte noch mal hier drauf tun alles klar es ist ja nicht so als ob ich zu wenig steine hätte so und hier können wir dann wirklich sagen und dann geht es wieder auf die treppen so 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 und so wunderbar jetzt sind ja auch wieder alle weg dann gehen wir wieder auf die fackeln und da würde ich da gerne eine hin tun und da gerne eine hin tun und hier vielleicht auch da und da und dann immer oben oben drauf und hier noch oben drauf dann kommen wir nämlich hier runter und sagen so bist du jetzt schon wieder okay ist mir auch egal was ich jetzt ja noch gucken will ist aber um so was ich jetzt halt wirklich gucken will ist habe ich auch alles und bis auf den müsste das so sein und da kann ich halt mich da drüben rein kram deswegen habe ich ja diese komische brücke gebaut so dann würde ich da hoch gehen und dann ging es ja so dass ich quasi da darüber rein wollte das heißt eigentlich können wir wirklich auf diesem niveau sagen wir gehen hier rein so und dann haben wir da auch schon wieder felder dann würde ich hier vielleicht noch mal eine fackel hinsetzen und dann würde ich das feld hier mal abarbeiten da hinten gibt es auch noch einen so genau das ist dann genau das loch das wir gesehen haben wunderbar dann würde ich vielleicht die beiden noch weg machen und dann würde ich hier vielleicht noch einen stein reinsetzen damit man da nicht runterfallen und dann würde ich hier eigentlich auch schon wieder aufhören so außer eben das übliche überall wo wir hingelaufen sind machen dreier lauf fällt hin okay da gibt es noch eine kohle da auch jetzt nicht mehr so bitteschön genau okay und dann würde ich ja hier sagen jetzt machen wir treppen haben wir jetzt keine mehr ne also gut dann müssen wir halt wieder welche machen zack 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 und dann haben wir das hier jetzt sind wir bei 6 und das wäre dann obwohl das ist gar nicht so falsch dann sind wir hier wieder bei 5 5 5 hier war ja noch eine 4 so und dann sind wir hier wieder bei flop 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 und ihr beide stört schon wieder ihr 3 so und wie gesagt einen weiter rein na fast zumindest zack 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 hier bitteschön der kann von mir aus da drin bleiben erstmal genau so und dann würde ich den noch einen weg so eins zwei drei so mach ich hier nochmal die 4 hin hoppa und dann machen wir hier nochmal den stein weg und dann lassen wir das jetzt hier eigentlich einfach mal so genau da habe ich jetzt nämlich hier so und dann könnte man theoretisch da weiter arbeiten wenn man das wollte und dann haben wir auf dem niveau da unten also abgesehen davon dass ich jetzt hier natürlich ähm ja symmetrisch wäre es wahrscheinlich hier am besten dass wir jetzt hier natürlich wieder eine treppe hinsetzen sollten und da drauf ne fackel so und dann macht das auch wieder mehr sinn wenn du unbedingt sterben willst tust du mir was nö da tut mir initial tut der mir gar nichts mh offenbar schon so und dann könnte man ja hier eigentlich bei dem sagen komm du kommst weg du und du und dann setze ich da halt die treppe hin und dann kommt da die fackel drauf drauf genau so dann haben wir es zumindest symmetrisch dann haben wir hier so einen platz wo die leute runterfallen können aber hoffentlich nicht tun und das ist mir eigentlich auch egal sollen sie halt aufpassen so wunderbar und dann könnten wir hier nochmal ein bisschen nach dingen machen und dann können wir jetzt hier noch die kohlen rausholen so was wir jetzt hier nämlich nicht haben ist die beachtung dessen dass wir ja eigentlich in einem bergwerk sind wo es eigentlich nur darum geht die ressourcen rauszuklauen so gibt es hier noch irgendwas so da gibt es nichts mehr da oben ist auch nichts mehr den können wir noch weg machen würde ich jetzt da nochmal gucken ob es da weiter geht nein ok da ist die frage haben wir da hinten noch irgendwelche ja haben wir noch so dann würde ich vielleicht da oben auch nochmal eine fackel hinhauen einfach zum sehen ok das bringt mir nichts da habe ich erde dabei nö aber schatter dann sagen wir hier mal 5 5 genau so dann haben wir zumindest den spaß erledigt da hinten war dann sonst nichts mehr das ist gut da oben weiß ich es gar nicht das können wir uns eigentlich angucken indem wir vielleicht hier sagen sieht mir nicht so aus gut dann wäre es eigentlich bloß noch da dieses metall das ich haben wollen würde quasi das da das würde ich dann auch wieder mit schatter machen so dann hauen wir hier mal eine fackel hin ich habe keine fackeln mehr faszinierend so dann machen wir das doch hier mit kohle äh fackeln und kohle ist ja anders ok ich hatte schon angst also angst im übertragenen sinne ach ja fackel wollte ich hier hinhauen genau und dann kann mich jetzt hier den da machen den da machen und den da machen da ist zu und dann würde ich hier mal gucken da ist auch zu die fackel kann von mir aus da bleiben und dann würde ich den spaß hier wieder runter nehmen super super duper ok dann hauen wir hier das zeug da rein habe ich irgendwas voll nö eigentlich nicht dann würde ich dich eigentlich gerne da drauf hauen ja das passt erstmal soll er arbeiten ok da habe ich momentan nichts wo ich irgendwie dazugewonnen hätte du kannst von mir aus auch noch weg ich habe nur ein zinn ich dachte ich hätte in der dinger mehr zinn gehabt ok ok ist ja auch egal so also hier wären wir dann eigentlich fertig und da könnte man dann wirklich ein schild machen und sagen 1,2,3,4,5,6 zack 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 da können wir quasi hier so ein Schild hinsetzen zack zack ja gut machen das vielleicht so und dann sagen wir hier ausgebeutet fortsetzen okay dann haben wir hier dich noch ein ich mache noch zurück kann das einzige was man jetzt noch überlegen können ist dass ich vielleicht noch eine kiste macht aber kisten habe ich ja eigentlich genug ich will bloß nicht zurücklaufen item empty das ist auch in ordnung so holz habe ich aber gar nicht mehr so viel fällt mir auf ich mache noch mal eine kiste warum werdet ihr gleich sehen nicht dass es wirklich pfiffig ist aber es ist jetzt halt so so dann würde ich hier vielleicht noch eine fackel hinhauen und dann kommt hier eine kiste hin oder hier kommen was soll es zack 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 7 7 fluff vielleicht sollte die kiste woanders hinkommen aber ich will halt dass man sie sieht dann würde ich quasi die kisten immer umziehen quasi immer dahin wo ich halt gerade am arbeiten bin oder da wo es halt dann noch nicht ausgebeutet ist ich glaube ihr könnt meinem gedankengang folgen oder damit ich halt einfach quasi immer in diese und du bleibst da du kannst weg du kannst weg zack du bleibst da du kannst weg du kannst weg dich will ich eigentlich auch nicht dabei haben du kannst eigentlich auch weg dich will ich auch nicht dabei haben das passt erst mal niemand dich mit und wir nehmen dich mit und dann sind wir hier unten eigentlich fertig aber das mit dem schild das machen wir vielleicht ein bisschen anders dann machen wir hier vielleicht wirklich mal so und sagen hier so eine brutale dann kann ich wegbewegen dich will ich eigentlich gerade nicht dabei haben dich nicht dich nicht Du kannst eigentlich auch in die Kiste Ne, dich will ich ja dabei haben Dich will ich dabei haben Und ansonsten sind wir eigentlich schon fertig So, dann würde ich euch beide noch hier hin tun Dich nehme ich auch mal Mit zum Verbauen So Oh, das wäre es dann eigentlich auch schon wieder Und dann ist jetzt halt die Frage Wo gehen wir als nächstes hin Ich würde hier jetzt gerne mal eine Fackel hinhauen Weil es mir hier doch sehr düster ist So, aber bevor wir jetzt Noch wild irgendwas tun Würde ich mal sagen Ich könnte mir eigentlich Habe ich nicht, ne Ich war gerade im Überlegen Ich könnte mir ja eigentlich ein Bett hierher bauen So, ich würde jetzt eigentlich erst mal Noch so ein paar Gebiete erforschen Noch so ein bisschen im Kreis laufen Oh, ne Ne Ratte habe ich auch Okay Okay Okay.